Was machen wir denn heute? Eis fischen, Eis fischen. Stimmt. Hab ich schon wieder vergessen. Jetzt hab ich Sorge, dass ich die NPCs so lange anspreche und ich dann gleich wieder in so einem Loop hänge. Du hast die halt nur zweimal ansprechen. Ja manchmal sagen die auch sogar dreimal was, aber das ist halt... Ja, ist ja vollkommen wurscht. Sprichst du uns zweimal an und gut ist? Naja, tu ich ja an, aber du willst so halt, ne? Weil du dann minimiert das Risiko, dass du halt festhängst. Du hast das Tor kaputt gemacht. Ja, wenn du vor mir deine Nase zu machst, bin ich halt sauer. Achso, du hast es auch schon getan, also beschwer dich nicht. Aber er beschwert sich halt gerne. Ja, ich weiß. Macht ihr beiden ja nie, ne? Nein. Nein. Lüge. Lüge. Würden sie niemals beschweren. Ich. Das ist nicht unsere Art. Ja. Lügenpresse. 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 Immer her damit. Wie sieht Emily jetzt eigentlich aus? Zeig ich mal. Mit Zöpfchen, glaub ich. Ein bisschen grün im Gesicht. Nein, mit einer anderen Hautfarbe und ein anderes Zutat. Ist ein bisschen grün im Gesicht geworden, die Gute. Ein bisschen blass. Das ist doch nicht grün aus. Blass. Blass schmass. Hat jemand mal die Grabenkreuzen entleert? Nein. Weil die jetzt einfach die beiden Items getauscht haben. Vorher war diese komische Muschel oder was da ist unten. Nein, hat Emily nicht. Nein. Nein, hab sie nicht. Die haben aber getauscht. Interessanterweise. Ja, ist ein Wagen. Pass auf, dass sie nicht gleich zu früh aus dem Bett ausstehen. Aha. Aha. Was? Da wurden sie entleert. Ich nicht. Ich auch nicht. Aha. Mensch, das ist heute wieder lustig. Gummest du dich noch um die Tiere, bitte? Äh, bis wann haben wir Zeit? Bis das Fest ist jetzt schon dran. Ja, das war ja meine Frage. Bis wann wir Zeit haben. Bis jetzt. Bis das Fest... Bis das Fest vorbei ist. Ja, dann lass ich mir sehr viel, sehr viel Zeit. Erst ein Tier. Jetzt das nächste. Dritte. Jetzt mal ein Schwein. Deutsch. Noch mal ein paar Mal. Immer diese Tierorgien. Ja. Susanne. Mensch, Susanne. Jetzt nehme dich mal. Ist ja voll peinlich von Leuten, ey. Entstand einen Weg. Mensch Susanne So, also ich geh mal schon mal nach unten Mensch Susi Susi, nein Susanne Dein Pferd hat gleich wieder keinen Hut auf Ah, fuck Oh, hast du ne Weihnachtsmütze auf, das ist aber süß Ja, nur Hallo Schnell Ja dann Das ist aber schön Blablabla, interessiert gehen Neh, mir gäst gerne Sams Jacke Wieso Sams Jacke? Sam hat mich gefragt, ob mir kalt ist und ob er mir mal seine Jacke geben soll Mhm Mhm Du, was hast du da hinten gemacht? Ja ich wollte auch schon grad mal gucken gehen, wie weit man laufen kann und was es da gibt Oha Linus Hi Linus Oh Gott, wieso steht der hier am Arsch? Der steht ja immer Echt Ja Aber schön, dass wir hier alles abgeholzt haben Stimmt What fuck Tja, muss halt sein, wa? Da steht der Zauberer Ja Naja Oh nein, mit allem gesprochen fällt mir mal auf Shane Schmähn Shane Schmähn Shane Schmähn Buch Machst du mal? Ach, die Auswahloption wegen den Schneemann der Jens Achso Achja Ähm, die Alder Ja Also Ne? Ne? Was ist eigentlich Emily? Darf hier so rum Wurde sagen die Emily, Endgame Emily oder die Emily Emily? Huch Feierabend Oh, ähm, ja Feierabend, wie das duftet Weiße Kräftig, deftig, würzig, wohl Ich muss noch etwas umschwellen, sonst kriege ich keinen einzigen Fisch Umstell Machst du Cheat an? Ja Ja, und da wirft die halt immer mal Maximum aus Hat der einen Cheat an? Ich glaub's nicht Frechheit Ja Emily, mach mal hin, wobei Ja, scheiß, mach mal hin, ich kann nicht umstellen Hallo Ja Ach, danke Warte Ja, siehste, Max Ups Kannst du ja mittendrin umstellen, oder nicht? Ja, aber ich muss grad gucken, wo das ist, warte Emily angelt einfach in der obersten Ecke ihres Dings Ja Ja Wie rum und das geht GIL Ja, das GIL ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird, wa? Hm Mhm Das hat mich jetzt mega viel Zeit gekostet Tja, hättest du dir vorher dran denken können Ja Ja, hab ich nicht dran gedacht, um echt zu sein Wow, ne Alge Wow, ne Alge Seit wann kriegt man hier Algen? Kann man auch kriegen Ich find's schön, ich dachte so, Emily ist denn grade so gut im Competition Und dann angelt Emily einfach in die falsche Richtung Und das war so, ja okay, Competition ist wieder vorbei Ich krieg nur Algen, was ist das? Ist doch alles frickt hier Manchmal dreht sich die Algen Cola, nice Ne, Julia CD Okay, Competition ist gleich Julia CD Competition ist gleich wieder Wheel Ja Kennst du die Julia CD nicht? Ne, ich kenn nur CD einfach Ich wusste nicht, dass der Julia steht Du hast die Item Beschreibung nicht durchgelesen, wa? Ne Alles was von Julia ist Da steht, dass es ne Julia CD ist Achso Alles was von Julia ist das nö Achso Das auch, ja Nein Doch Oh Jetzt läuft grad richtig Bei mir auch Ach, leck mich doch Jetzt nicht mehr Nein Heute nicht Okay, verdammt 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 Ich hab irgendwie nur 5 Fische oder so Guck mal wer gewonnen hat Ja, ich nicht Ich hab Zeit verloren Ja Ich find schön wie Kent und Jodie links zueinander stehen Die weiß es bei mir Nicht mehr Ja Das wird nur 8 Ja Das wird nur 9 Ja 7 5, 6 und 7 Ja Jawoll, ja. Hätte ich die Zeit nicht verloren, dann hätte ich auch noch gewinnen können, aber nein. Hätte ich nicht in die falsche Richtung geangelt, hätte ich abgeliehen können. Beide haben einfach mal so dissuasive Störungen. Ja. Dass Competition einfach nicht machbar ist. Neun Stück, nice. Bald steht mein Pferd ja nach unten rum, scheiße. Ohne Maske vor allen Dingen. Maske? Was? Maske hatte sie so nicht auf. Ohne Hut. Maske Fraske. Ja. Ja. Denk dran, die Erzeugnisse, wenn wir Tiere und allem eins. Sammeln. Ja, ja, ich bin dabei, aber der ist Heus, Heu. Der Stoff ist noch nicht fertig. Der Heu. Und der Käse auch nicht? Der Heu. Och. Events sind doch scheiße. Ja, weil Sachen, die drinnen gelagert werden, die brauchen noch länger. Ja, ich hab's gemerkt. Und du hast Blaubeeren verarbeitet. In Gewächshaus, ich hab's genau gesehen. Verarbeitet, ja. Zusammen. Flame on me. Außer in den Blaubeeren. Bitte? Ich denke, ich hab einfach mal vorsichtshalber. Ja, Sebastian, noch wach. Kalt? Nee, wir sind nie kalt. Falsches Gespräch. Vier, sieben. Okay, Sam hat mich gerade gefragt, ob ich bei der Eisfisch-Fisch-Fisch mitmache. Okay. Ja, Sebastian hat auch gerade was gesagt, was er normalerweise unten sagt. Nicht schlecht. Ruhig aus. Der hat mir scheinbar nicht zugeguckt. Bam, bam, bam. Der muss ich auch dann nicht umdrehen. Vielleicht haben die alle zu viel getrunken. Was sagt Lea? Oh, Eis. Ein wunderschönes Material für Skulpturen, aber so freundlich. Okay, da zieht sich das ganze Game, der Back. Also ist das nicht von Mods. Schnecke. Na, Schnecksche. Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 1? Was? Hä? Sagt er Fakt Nummer 1.